Ich bin selber noch ein bisschen überfordert. Oh, und Piskade. Das ist nicht so lecker. Oh Gott, das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendein Tier auf meinen Boden schreit. Okay, dann war es das mit dem Video. Lass einen Daumen hoch und ein Abo da. Ich bedanke mich für die Tierschau hier bei dir. Eintritt für Zoo müssen wir natürlich noch verlangen. Ja, nochmal.